Moin Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich bin Survival Pete und ich stelle euch heute diesen Hightech-Tarnanzug vor. Ihr könnt damit nicht nur in Rückwärtshaltung machen, sondern ihr könnt damit auch noch euch mit der Umgebung tarnen. Das hier ist von Phantomless WASP Zone 2 und dieser soll IR geschützt sein und mehr dazu in diesem Video. So, wenn ich mich jetzt halt nicht bewege, dann sollten die Klamotten eigentlich schon richtig gut mit der Umgebung verschwimmen. Noch kann man mich gut erkennen, mein Gesicht und meine Hände sieht man noch und die werde ich jetzt auch noch tarnen. So, ich werde jetzt meinen Rucksack wegwerfen, werde meine Hände und Gesicht verschleiern und ich werde mich dann mit einem modernen Gili hier drin verstecken. So, mich kann man wahrscheinlich auch gut sehen, weil ich hier im offenen Feld rumliege. So, nächster Test. So, gut. Nächster Test. So, dann komme ich mal einfach hier vorne vor. So, ich komme jetzt mal hoch. So, hier habe ich meinen Rucksack liegen lassen. Ja, ich verlinke euch alles nochmal unten im Video, falls ihr euch dafür interessiert. Also, es gibt einmal hier diese Feldbluse, die hat hier vorne Klett. Das heißt, man kann hier leichter Handschuhe an- oder ausziehen. Und auch hier besteht das einfach nur aus Klett. Ja, hier spart man sich die Knöpfe. Das hat hier oben so eine zwei große Taschen. Einmal links und einmal rechts, so dass man hier auch Kartenmaterial oder Ausrüstung reinstecken kann. Ja, und dann gibt es hier einmal so eine Platte. Die kann man komplett abziehen. Falls derjenige Patches hat oder so. Ja, kann man das hier austauschen und hier seine eigenen Patches draufkleben. Auch hier wieder von beiden Seiten. Ja, und wer möchte, kann natürlich auch hier oben irgendwelche Dienstgrade raufkleben. Raufkleben, sag ich schon wieder. Reinstecken. Ja, die Hose, die finde ich immer sehr interessant. Die hat hier diese dicken Knöpfe. Das ist die KSK-Hose. Ja, und hier die Taschen, wie bei allen anderen KSK-Hosen, kannst du halt hier mit dem Band festzohlen. Ja, jetzt schlabbert es. Dann habe ich hier hinten einmal so eine Schlaufe. Ziehe ich einmal hier unten lang. Man sieht es hier dann auch. Und dann wird sie fest und liegt eng am Bein und schlabbert nicht mehr so doll rum. Falls man jetzt über Hindernisse oder so muss, ganz praktisch. Ja, auch hier die Hose hat einen sehr guten Bund hier oben. Da passt sogar so ein dicker Gürtel hier rum. Das finde ich ganz gut. Es ist wie eine Jogginghose. Also man kann wirklich damit sich frei bewegen in allen Richtungen. Ja, die Hose hat noch hier diese Kniepads, diese ganz weichen. Das heißt, die stören gar nicht. Irgendwann passen sich die schon in Form an, wenn man sich jetzt niederkniet oder so. Und ganz unten haben wir nochmal Schnüre, womit wir das dann halt alles zuschnünen können, sodass die Insekten halt oder die Zecken nicht unten reinkrabbeln. So, es gibt natürlich auch Rucksackhüllen, womit man halt seinen Rucksack ein bisschen verschleiern kann. Diese Blätter hier, die muss man einzeln dazu kaufen und die kann man dann hier überall so ein bisschen reinflechten. Ja, und schon gibt es hier eine bessere Struktur. Die Jacke, die finde ich richtig gut, weil die hat hier drinnen diese Zurgurte. Heißt das eine Zurgurte? Diese Gurte halt, womit man die Jacke schön an der Hüfte eng anschließen kann. Ja, dann hat sie noch hier Innentaschen, die man aufmachen kann. Ich empfehle die nicht aufzumachen, weil die kriegt man immer sehr schlecht wieder zu. Ja, dann hat man hier noch unter dem Arm, so, unter dem Arm kann man auch nochmal hier aufmachen, komplett hier runter. Das heißt, für die zusätzliche Belüftung, falls man im Sommer Sport machen will, sehr, sehr praktisch. Dann kann man die Jacke anlassen. Was ich auch gut finde, ist hier in der Kapuze, in der Kapuze haben wir so einen Metallbügel drinnen und der lässt sich ganz einfach in irgendeine Form bringen. Machen wir mal so hier. Habe ihn bis jetzt aber noch nicht gebraucht. Aber schön, dass man sowas machen kann. Und auch hier finde ich das richtig gut, dass es halt hier diese großen Knöpfe gibt, die man so zumachen kann. Das ist sehr praktisch, wenn man keine Lust hat, jedes Mal immer den Reißverschluss auf- oder zuzumachen. Ja, und wenn ich dann doch mal auf Klo muss und das hier unten alles viel zu eng ist, dann gibt es eine Möglichkeit, man kann auch hier den Reißverschluss von unten nach oben aufmachen. Die ganzen Klamotten, die bestehen aus Ripstop. Das heißt, wenn man irgendwo im Gebüsch hängen bleibt, an Dorn oder so, dann reißt es halt nur an der kleinen Stelle auf und man könnte es im Notfall halt wieder flicken. Das ist auch richtig gut. Ja, die Hose führt sich an wie eine Jogginghose. Du kannst halt in allen Richtungen damit umgehen. Hast halt große Taschen, kannst alles Mögliche verpacken. Das Hemd lässt sich leicht öffnen oder schließen. Ist auch sehr dünn, also im Sommerbereich richtig gut. Und die Jacke, die kannst du halt unterschiedlich verstellen. Hat auch hier viele große Taschen. Und das Gute halt auch, diese großen Knöpfe, dass man halt nur die zu machen kann. Für den Winterbereich würde ich trotzdem immer noch hier diese Bundeswehr-Kälteschutzjacke drunter ziehen. Da solltet ihr ja drauf aufpassen, welche Größe ihr von der Jacke kauft, weil die fällt ein bisschen kleiner aus, also enger. Einer, der ein bisschen pummeliger ist, der würde schon Probleme irgendwann haben, dort reinzukommen. Also, ich bin ja auch ein bisschen pummelig und passe gerade so. Also, ja. Ja, was bringt ein Tarnanzug, wenn man ihn nicht richtig verschleiern kann? Also, wenn man die Kontur nicht richtig brechen kann? Deswegen habe ich mir noch hier so einen Überwurf-Poncho geholt. Und die Blätter hier, die muss man leider einzeln kaufen. Den gibt es ohne die Blätter. Das finde ich sehr schade. Aber so kann man wenigstens auch hier in den ganzen Schlaufen, die hier vorhanden sind, Naturmaterialien reinstecken. Ich habe hier jetzt nur diese Kunstblätter drin, weil die halt sehr leicht sind. Auch hier, das ganze Teil ist sehr leicht. So, und da ich hier jetzt so viele Blätter hier oben draufgepackt habe, werden hier natürlich auch die Konturen ganz gut gebrochen. Und so kann man sich dann überall hinlegen. Wie schon gesagt, hier kann man noch viel, viel mehr reinstecken. Hier sieht man das auch. Überall sind hier diese Schlaufen. Aber trotzdem sind noch lange nicht die Hände und das Gesicht getarnt. Ja, leider muss man hier alles einzeln kaufen. Das gibt es leider nicht als komplettes Paket. Ja, finde ich schade. Das heißt, wenn ich so einen Poncho hier nicht habe, den ich überwerfen kann, dann reicht das auch vollkommen aus, dass ich halt so eine Gesichtsmaske habe. Weil hier kann man dann auch oben einmal die Blätter fixieren und dann hat man halt hier oben so eine kleine Palme auf dem Kopf mit diesen Kunstblättern oder halt mit den natürlichen Ästen. So, jetzt sehe ich schon ein bisschen kriminell aus, aber so kann man sich halt besser tarnen und dann verstecken. Und jetzt kann man auch hier von dem Poncho einfach die Mütze rüberwerfen und dann kann ich mich jetzt so durch die Gegend bewegen. Aber nein, es fehlen immer noch die Handschuhe. So, für Handschuhe gibt es hier extra so eine Gamaschen, könnte man sagen. Gamaschen für Handschuhe. So, hier wird der Mittelfinger dran befestigt. Das heißt, man braucht selber Handschuhe. Ich habe jetzt hier meine BW-Handschuhe, den Mittelfinger einmal durch das Gummiband steckt. Dann braucht man das immer einzeln nicht wieder ran und ab machen, sondern man kann einfach den ganzen Handschuh so abziehen und das hält von alleine da dran. Das heißt, diese Tarnung bleibt einfach. Das ist schon mal sehr gut. Ist so simpel, aber so einfach und man kann einfach wieder reinschlüpfen. Schon mal dafür Daumen hoch. Jetzt könnte man denken, wir wären fertig, aber nein. Man kann noch die Schuhe tarnen. Das hätte ich nicht gedacht, aber es gibt dafür auch noch was. Man kann hier so eine Schuhbeutel holen und das ist ganz einfach. Man steckt hier einfach den Fuß rein und fertig. Man verschleiert somit einfach die Fußform. Cool, oder? Sieht aus wie Mammutfuße. Oder man benutzt sie auch für kleine Taschen, die man abdecken kann. Wenn man einen großen Rucksack hat und man will noch was an die Seite packen, durch Molle schlaufen, dann kann man auch hier diese Taschen, die man daran befestigt, mit diesen Schuhdingern abdecken. Oder man werft hier einfach irgendwas rein, verbindet hier diese kleinen Ösen miteinander und dann hat man eine Tasche. Also Multitasking für ich diese kleinen Beutel. Soweit erstmal von mir und meiner neuen Ausrüstung. Ich hoffe, sie gefällt euch. Also mir gefällt sie. Und ja, greift zu, solange der Vorrat reicht. Denn meine Tarnklamotten, die ich vom Pinewood habe, die existieren nicht mehr auf dem Markt. Und wer weiß, vielleicht existieren die hier auch bald nicht mehr. So Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Da stelle ich diesen neuen Kampfstock vor. Den kann man auseinanderschrauben. Und ich bin sehr beeindruckt von dem. Bleibt auf jeden Fall nächstes Mal wieder dran. Ich habe noch ein Lieblingskampfstock. Bis dann.